Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein wenig handwerklich. Ich habe tatsächlich mal von Igor den Schweißtisch hier in meine Halle rübergerollt. An der Stelle noch mal vielen Dank, Igor. Echt mega praktische Dinger. Das ist tatsächlich sogar ein Bausatz, den schweißt man sich selber zusammen. Eigentlich witziges Wortspiel, Schweißtisch selber zusammenschweißen. Also kurz, um euch das zu zeigen, ist tatsächlich so, dieser Tisch hat 16er Löcher überall. Das ist halt einfach ein Schweißtisch und da kann man jetzt an allen Stellen verschiedene Sachen aufspannen, vorspannen und so weiter. So und das Ding kommt eigentlich als Bausatz. Das heißt, man hat verschiedene Platten und wenn du hier runter guckst, sieht man, wie viel da geschweißt werden muss. Nicht gerade wenig und deswegen bin ich auch umso dankbarer, dass Igor das Ganze als Schweißprofi hier einmal vorbereitet hat. Aber wenn er dann einmal steht, ist es einfach das geilste der Welt für Metallarbeiten. Genau das werden wir heute nämlich machen. Wir sind die ersten Meter mit unserem Oma-Golf gefahren. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kurbelngehäuseentlüftung. Kurz zur Entlüftung, wofür ist sie überhaupt da? Wir haben hier den Ventileckel, in dem Fall gefräst von Joel, JB-Motoring. Ihr kennt den ja schon, bei Marius ist er in Orange drauf, hier wollte ich ihn lieber in Schwarz haben. Und jeder Motor muss ein wenig ausatmen. So, das hat folgende Gründe. Einmal Kolben und Pläu gehen hoch und runter und durch die Abwärtsbewegung von dem Kolben wird Luft verdrängt, welche sich unten im Kurbelwellenraum verteilt. So, wenn wir jetzt extrem hoch drehen, wird das natürlich immer umso mehr Luft. Das Ganze gleicht sich ein wenig aus, weil passend dazu der Kolben ja auch wieder hoch geht und die Luft quasi in den anderen Zylinder überströmen können. Aber praktisch bewegt man trotzdem diese Luftmassen. Dazu kommt das sogenannte Blow-By. Das heißt, wenn ihr maximalen Brennraumdruck habt, pfeift die Verbrennung an den Kolbenringen ein wenig vorbei, weil 100% dicht kriegt man es nie hin. Und diese zusätzliche Luft muss logischerweise irgendwo aus dem Motor wieder raus. Und das tut sie über die sogenannte Kurbelwellengehäuseentlüftung. Jetzt gibt es Motoren, die sind, was Entlüftung angeht, extrem empfindlich. Zum Beispiel mein Limo-Motor. Und jetzt gibt es Motoren, die sind nicht so empfindlich. Da haben wir zum Beispiel V6. Kann jetzt aber auch daran liegen, dass der V6 auf der anderen Seite ja eine Steuerkette hat. Das heißt, die Steuerkette sitzt ja im Öl. Das heißt, sie ist oben und unten offen mit Zylinderkopf und unten Kurbelwelle. Und ich glaube bzw. weiß, dass diese Kette ziemlich viel Luft auch die ganze Zeit mitnimmt. Das heißt, die Entlüftung an einem Motor mit Steuerkette ist meistens nicht so kompliziert wie die Entlüftung bei einem Motor mit Zahnriemen. Weil beim Zahnriemen ist es dann nämlich so, dass die beiden Räume weniger miteinander verbunden sind bzw. sich schlechter ausgleichen können. So, bisher konnten wir deswegen beim VR immer ohne einen sogenannten Catchtank fahren. So, jetzt gibt es zwei verschiedene Catchtanks. Es gibt einmal einen Catchtank für Benzin und einen Catchtank für Öl. Eigentlich ist es mehr ein Ölabscheider. So heißt es im Fachjargon. Das heißt, dieser Ölabscheider soll das Öl aus der Luft abscheiden, welcher aus dem Motor kommt. Das heißt, wenn wir hier Kapelle machen, das Ding 8000 und Drehrung dreht, kann es passieren bei 3 Bar, dass ab und an ein wenig Luft mit Öl aus dem Ventilikel oben rauskommt. Bisher hatten wir diese Schläuche einfach offen auf die Straße und dann kann es halt passieren, dass irgendwann hier so ein paar Tröpfchen Öl rauskommen. Oder im schlimmsten Fall, wenn ihr zum Beispiel einen Motorschaden habt und ruckartig unter Vollgas ein Loch in den Kolben schießt, geht natürlich jeglicher Verbrennungsdruck direkt in die Kurvengehäuseentlüftung und somit schießt das Öl aus dem Motor. Und deswegen ist es da definitiv gut, einen Catchtank für zu haben. So, dieser Catchtank, auch Ölabscheider genannt, muss natürlich eine Funktion haben. Das heißt, der muss so aufgebaut werden, dass er nicht nur die Luft durchlässt. Übertrieben gesagt, könnten wir auch einfach hier einen Luftfilter draufstecken. Wäre aber doof, weil das ganze Öl würde den Luftfilter hängen, der ist irgendwann zu und schon ist die Funktion wieder weg. Das heißt, wir brauchen einen richtigen Behälter, der das Öl abscheidet. Jetzt habe ich mir überlegt, wir fahren die Bühne mal hoch. Wir haben so viel Platz hier, dass ich der Meinung bin, dass wir hier relativ cool selber einen Catchtank bauen können. Man kann natürlich auch einfach einen fertigen Catchtank kaufen. Gibt es wie Sand am Meer bei uns im Onlineshop, bei etlichen anderen Onlineshops und so weiter. Praktisch wollen wir ja gerne mal ein bisschen Technik und Handwerk zeigen und ich bin der Meinung, dass jeder, der Metallbauen so ein bisschen beherrscht und schweißen kann oder Edelstahl, kann man auch aus Edelstahl bauen, das selber auch hinbekommt. Ja, so, pass auf. Als allererstes schrauben wir mal unsere Hupe hier ab, weil ich glaube, also die Hupe können wir relativ einfach versetzen. Die können wir hinbauen, wo wir lustig sind. Kabel verlängern, fertig. Und dann haben wir nämlich tatsächlich schon hier unseren ersten Halter, wo wir den Tank, glaube ich, ganz cool dran bauen können. Oben werden wir in den Tank einfach mit zwei Dash-Gewinden reingehen. Einfach gerade, würde ich sagen. Nicht fallen, René. Hier werden wir, zack, einfach ein gerades Fitting hinmachen. Vielleicht sogar ein bisschen höher, weil nach oben hin haben wir nicht Platz. Das heißt, das kann eigentlich bis hier so, kann das Fitting sitzen. Und das heißt, hier können wir unseren Tank drüber bauen. So, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit einer Zeichnung an, wie der Tank am Ende aussehen muss. Unser Catch-Tank von innen. Manche denken, man nimmt immer einfach nur ein leeres Gehäuse, wo man die Anschlüsse ran macht, fertig. Kann man natürlich machen, bringt aber relativ wenig. Das Erste, was man sich immer überlegen muss, die Luft muss rein und muss genauso wieder raus. Das ist schon mal Punkt eins. Sollte sie nicht raus können und man nimmt einfach nur einen Behälter, wird sich ein Druck aufbauen und das Öl fängt erst recht an, aus allen Dichtungen und so weiter, sich überall rauszudrücken. So, das heißt, der Tank muss von innen so aussehen, dass das Öl von der Luft getrennt wird. Wie man auch sagt, ein Ölabscheider. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich glaube, eine der effizientesten Varianten ist ein sogenannter Zentrifugalabscheider. Das heißt, man nutzt die Fliehkraft. Öl ist schwerer als Luft. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel das Luftgemisch durch ein kreisrundes Rohr leiten würden. So, das ist unser kreisrundes Rohr und wir würden jetzt die Luft zwingen, so in das Rohr reinzugehen. Dann muss die Luft einmal hier drin rum und kommt als Beispiel unten mittig wieder raus. Dann würde sich in dem Fall die Luft, welche relativ schnell strömt, an der Außenwand entlang langhangeln und dabei würde das Öl außen kleben bleiben, sich von der Luft trennen und die Luft würde ohne Öl wieder raus und das Öl würde einfach an den Wänden ablaufen und am Ende hätten wir unten in dem Behälter jede Menge Öl. Und wo geht dann die Luft wieder hin, abgeführt oder kommt die wieder irgendwo rein? Die Luft wird einfach, in dem Fall einfach nach draußen, ins Freie. Original ist das so gehandhabt, dass die Luft von dem Motor dann wieder mit angesaugt wird. So ist es im Originalfall, weil man diese Luft später wieder mit ansaugt und wieder mit verbrennt. So, jetzt ist aber das Problem, dass diese Luft natürlich immer noch Öl drin haben kann und jegliches Öl in der Ansaugung ist immer ein Risikofaktor in Bezug auf Klopfen, weil natürlich Luft mit Öl nicht so klopffest ist wie reine Luft. Deswegen bei ganz vielen Autos, da im Golf, wie auch immer, irgendwann kommt immer der Punkt, wo man diesen Catch-Tank nachrüstet. Original ist immer ein kleiner Catch-Tank da, das heißt die Entlüftung mit der Ansaugung dazwischen ist immer ein Behälter oder irgendwas in der Richtung, aber irgendwann wird das Ganze halt ausgelagert und dann kann man halt so einen richtigen Catch-Tank bauen. Und dann habe ich noch eine Frage, hat die Luft, die dann unten wieder rauskommt, noch genauso viel Sauerstoff wie vorher? Ja, ist ja kein Unterschied, weil Luft ist Luft, in dem Fall, weißt du? Also das ist alles identisch, das ist alles ganz egal. Sie ist halt nur hoffentlich Öl frei und jede Menge Öl da unten drin. Jetzt ist natürlich das Problem, in rund seitlich eingehend wird an der Stelle problematisch zu bauen. würde vielleicht gehen. Das Problem ist, wenn dieser Tank effektiv ist und relativ viel Öl aus der Luft filtert, heißt das natürlich, dass auch relativ viel Öl in den Behälter am Ende ist und dieses Öl muss halt irgendwo hin. Wenn es jetzt der Limo-Motor wäre, würde ich dieses Öl zurück in die Ölwanne legen. Würde in dem Fall, jetzt wo ich es hier gerade sehe, könnten wir doch sogar drüber nachdenken, wenn da irgendwann zu viel Öl drin ist, könnten wir doch den Catchtank bis hier bauen und dann kriegen wir immer noch ein Gefälle zur Ölwanne hin. Das heißt, wir könnten doch einen Rücklauf machen von dem Behälter in die Wanne. Natürlich ist hier auch immer mal so ein bisschen Dreck und so weiter mit drin. Das heißt, eigentlich würde ich bei so einem Auto, wo man nicht so viel mit fährt, einfach unten nur einen kleinen Ablauf ran machen. Den drehst du einfach nur auf, legst einen kleinen Schale drunter und alles, was da drin ist, läuft raus. Weil da ist nicht nur Öl drin, sondern da ist natürlich auch Kondensat drin, sprich Wasser, was er genauso gut ablässt. Gerade bei E85 ist im Kaltstand dieses Kondensat relativ hoch. So, okay. Das heißt, so können wir den Tank nicht bauen. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Ich zeichne den Tank jetzt mal von oben. Da das alles ziemlich eckig ist, machen wir folgendes. Das ist unser viereckiger Tank. Hier gehen wir kreisrund mit den beiden Anschlüssen rein. Dann muss die Luft nach unten. Das heißt, wir machen da eine Art Labyrinth rein. Das heißt, wenn man sich das Ganze jetzt hier von der Seite anguckt, haben wir hier unseren Anschluss. Und wir machen in diesen Tank Bleche rein. So, das heißt, die Luft, die reinkommt. Wichtig ist, dass diese Bleche so stehen, dass das jetzt, ich habe sie leider falsch gezeichnet, sie müssten eigentlich ein bisschen mehr so stehen, dass das Öl ablaufen kann nach unten. Aber übertrieben gesagt, müsst ihr euch so vorstellen, die Gase kommen mit knapper Schallgeschwindigkeit hier rein. Spaß beiseite. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Prallen hier drauf, denken sich, was ist das? Und das Öl bleibt halt einfach hier hängen. Und die Luft zirkuliert halt schneller als das Öl. Das heißt, die Luft muss in dem Fall hier so durch. Und bis sie hier unten angekommen ist, ist hoffentlich jegliches Öl weg. Das heißt, Luft kommt an, Öl kommt hier unten an. Diese Platte, die hier zwischen ist, da werden wir zum Beispiel überall Löcher reinmachen, dass das Öl wirklich großflächig unten einlaufen kann. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir einen weiteren Behälter daneben. Das kann man natürlich auch als einen Behälter mit einer Trennwand machen, wo die Luft dann einfach als Beispiel wirklich einfach nur stumpf wieder gerade rauskommt. Hier oben kommt dann der Filter drauf. Und fertig. So. Das heißt, selbst wenn noch ein ganz bisschen Öl da ist, bleibt es dann spätestens in diesen Filtern hängen und muss man natürlich regelmäßig sauer machen. Ich weiß noch nicht, ob wir da Platz für haben. Gucken wir uns aber gleich mal dann an. So. Jetzt ist natürlich das Wichtige, wir brauchen da drunter ein sogenanntes Reservoir, dass auch das Öl sich irgendwie sammeln kann. Das heißt, die einfachste Variante wäre natürlich hier einfach so ein Reservoir drunter, dass das Öl sich hier mit der Zeit sammeln kann. Problem ist, ist dieses Reservoir zu klein. Und der Ölstand ist irgendwann so hoch. Dann haben wir folgendes Problem, dass wir dann eine Abdichtung ungewollt haben. Das heißt, die Luft, die hier rein drückt, kann gar nicht mehr dran vorbei und wieder raus, weil es hier, überlege wie der Fachbegriff ist, nicht eine dynamische Abdichtung, eine flüssige Abdichtung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es flüssig abgedichtet. Deswegen müssen wir immer darauf achten, dass der Füllstand so niedrig ist, dass die Luft noch durch kann. Ich hoffe, man kann das über Kopf erkennen. Wirklich? So. Deswegen die eine Variante ist einfach hier das Ganze so zu bauen. Die andere Variante wäre, wir bauen oben ein Teil und unten ein Kasten. Der kann dann größer sein. Den wir daran setzen, dass wir unten ein bisschen mehr Volumen haben. Das heißt, als erstes würde ich jetzt anfangen und oben erstmal diesen Teil bauen. So. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder wir nehmen einen Karton. Das können wir einfach mal machen und gucken mal. So. Da wir diesen Halter hier weiter nutzen wollen, würde ich jetzt einfach mal einen Vierkant bauen. Warte mal, ich habe gerade eine Idee. Ich sehe was. Das ist ja unser, wie soll ich sagen, Auslass am Ende. Der muss ja irgendwo positioniert werden. Und jetzt gucke ich gerade, wo der am Ende schön sitzen kann. Das könnte schon... Hier so könnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Okay. Das heißt, wir gucken einfach mal, was wir an Bauraum hier haben. Von der Tiefe her. Den Halter können wir natürlich am Ende noch ein bisschen zurecht biegen. Ist jetzt nicht so Pflicht, dass er genau so steht. Aber wir dürfen nicht über diese Kante hier kommen. Weil hier geht definitiv die Stoßstange am Ende lang. Da ist kein Platz. Das heißt, ich würde jetzt mal mit einem viereckigen Karton anfangen, der... 8 mal 10. So, wir könnten das Ganze natürlich gleich auf Alu machen. Aber praktisch ist es natürlich auch schon ein wenig einfacher. So, was habe ich gerade gesagt? 8 mal 10. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Höhe wissen. Ich würde jetzt mal von der Höhe her sagen... Maximal 20. So. Und schon so einen großen... Trotzdem noch zu klein. Die Kante ist gerade. Machen wir folgendes. Da der unser Viereck am Ende 20 Zentimeter haben soll... Okay, die Frage hat sich ja übrig. Wir haben witzigerweise... Ich habe noch so einen alten Blechstreifen gefunden. Der hat 21 Zentimeter. Den können wir nehmen. So. Das ist die Höhe von unserem Catch Tank am Ende. Idealerweise... würden wir das Ganze natürlich so bauen, dass wir alle Ecken gekantet kriegen. Dass wir am Ende gar keinen Deckel draufsetzen müssen oder so. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Aber für den ersten Prototypen... wird das erstmal so gehen. Jetzt haben wir gesagt 8 mal 10. Das heißt, wir machen einen Strich... nach 8. Nach 8. Nach 10. Nach 8. Nach 10. Nach 8. Und wieder nach 10. Jetzt machen wir noch ein zweites Mal. Jetzt machen wir noch ein zweites Mal. Zack. Später. Jetzt haben wir hier unsere geniale Kantbank. Gibt es ganz... wusste ich auch nicht. Durch Zufall bei Amazon gesehen. Ist einfach eine kleine Kantbank. Für sowas perfekt. Kostet glaube ich 200 Euro. Aber für jeden, der ab und an mal ein Blech kantet, ist es halt wirklich perfekt. Bei Pappe ist das Ganze jetzt natürlich nicht so wichtig. Ich mache es jetzt einfach nur... um mir das so ein bisschen vorzubiegen. Dann weiß ich nämlich nachher ganz genau, wo die Kanten sind. Acht mal 10. Acht mal 10. Imaginär müsst ihr euch vorstellen, würden wir das Ganze jetzt gerade mit Alu machen. Da geht das Ganze natürlich nicht ganz so einfach. Aber in dem Fall geht das schon. Falls jeder von euch draußen ein paar Kinderstimmen hört. Das hatten wir nämlich schon mal hier bei mir in der Halle. Da sind draußen die Kinder am Spielen. Nein, das sind nicht meine Kinder. Könnte deine Tochter sein, René, ne? Ist aber auch nicht. Aber hier sind trotzdem ein paar Kinder am Spielen. Also nicht wundern, es sind keine Geister, die ihr hört. Es sind tatsächlich ein paar Kinder draußen. Aber krass, dass das Mikrofon das einfangen kann, ne? Mhm. Dafür, dass wir hier in der Werkstatt... So. Zack, ist unser Kettstang fertig. Spaß. Und siehe da, wie es meistens immer ist, waren wir ein bisschen zu optimistisch unterwegs. Wenn wir ihn wirklich bis oben reinschieben wollen, ist er viel zu groß. Da müssen wir nochmal ein bisschen flacher machen. So. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, es ist doch notwendig, dass wir diesen Tank mehrteilig machen. Also mehrteilig im Sinne von, wir machen ein Viereck, was hier runter kommt. Erstmal mit den Blechen drin. Und dann unten ein Reservoir, wo das Öl sich drin sammelt. Weil dieses müssen wir tatsächlich sowohl flacher, also eigentlich eher so, und hier kürzer machen. Beim Kettstang bauen ist immer das Problem, man will natürlich maximal viel Volumen haben. Weil je größer die Fläche an Blechen ist, wo das Öl drauf prallt, je effektiver ist er natürlich. Man hat nur immer natürlich möglichst... Man hat nicht so viel Fläche zur Verfügung. Das ist immer das Problem. Aber hier haben wir ja unsere beiden Leitungen. Wir wollten ja hier mit dem Fitting rein. Das heißt, wir werden doch deutlich, deutlich... Ja, wir werden wirklich doch eher so einen schmalen Kasten da bauen. Aber ein schmaler Kasten gefällt mir eigentlich nicht. Weil dann die Bleche da drin recht flach werden. Aber wir ziehen ihn doch ein bisschen tiefer. Und bauen ihn hier hin. Weil ihr seht jetzt ja schon, angenommen wir würden den Tank jetzt nur auf der Höhe bauen. Ja, so viel Volumen ist da jetzt am Ende nicht drin. Am Ende. Aber so grob könnte ich mir das vorstellen. Also hier so sitzen die Fittinge. Und da. Dann muss hier die Luft durch. Idealerweise würden wir die ganze Fläche ausnutzen. An Blechen. Dann haben wir hier ein Reservoir. Wir müssen jetzt nur gucken, wenn wir diese Größe nehmen würden, wo die Luft wieder raus geht. So können wir es logischerweise nicht bauen. Weil hier ist ja der Ölstand. Das heißt, hier steht ja das Öl drin. Das heißt, das hier unten sehen wir. Das möchte ich ja mal wegnehmen. Ich probiere noch einmal. Einmal gegenlaufen. So. Das ist mehr oder weniger unser Tank. Daneben kommt dieser Filter so. Das ist theoretisch alles, was wir jetzt gerade an Flächen haben. Das heißt, diesen unteren Teil müssen wir mit einem weiteren Tank vergrößern. Also mit einem, ich nenne es jetzt mal Reservoir. Das heißt, wir brauchen hier unten 200 mal 80. Jetzt bereiten wir den kurz vor. Höhle wieder vergessen. 200 mal 80 mal 6. So. Manchmal hilft es sich im Kopf immer zu überlegen, wie lang es ist, damit es nicht doppelt macht. 280 sind 280, es sind 560 in der Länge brauchen wir. Ja, siehste. Wäre nämlich tatsächlich zu kurz gewesen. Die Seite reicht genau. Aber nicht so ein Riesentisch und schon wieder zu klein. So. Das habe ich gerade gesagt mit 6 Zentimetern. Und das Ganze müssen wir noch in Alu bauen. Ja, der denkt, das wäre jetzt schon wieder aufwendig. Das Aufwendige fängt erst an. Krass. Krass. Da war echt Karton genommen. Wer direkt was kann. So. Jetzt geht es wieder los. Mit 80. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. So, jetzt los geht's. So, jetzt müssen wir den noch passend kürzen. Gucken wir mal, ob das ungefähr hinkommt. Aufpassen, dass wir die Finger abschneiden. Jetzt werden einige sagen, das wäre doch wieder das perfekte Teil zum Scannen und 3D-Drucken. Aber ab und an macht es auch wirklich Spaß, wenn wir an so einem schönen sonnigen Tag in der dunklen Werkstatt mal aus Alu was Schönes gebaut. So. Sieht 1 zu 1 aus wie vom B5 die ZV-Puppe damals. Genau so, von Abmaßen her. Das ist jetzt hier unser Tank. Der nicht passt. Eigentlich muss er passen hier. Wir sind jetzt genau auf Unterkante Radhausschale. Ich würde jetzt mal diese Kante als allerletztes bauen. Das heißt, wir können es zur Not jederzeit den ganzen Tank noch kürzen. Aber praktisch finde ich eigentlich, dass wir so, hier sitzt dann der Filter. am Ende. Und oben gehen die Füttinger rein. So. Jetzt machen wir einmal folgendes. Wir rechnen einmal aus, was das Ding hier an Volumen hat. Was habe ich gerade gesagt? 8 mal 20. 8 mal 20 sind 160 Zentimeter. Quadratzentimeter. Höhe 6 Zentimeter mal 6. 960 Kubikzentimeter. Okay. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht. Unsere Idee ist jetzt gerade, hier geht die Luft rein. Wir setzen dann direkt Blech, Blech, Blech und Blech. Das heißt, die Luft muss hier so durch. Wenn die Luft dann hier ist, sammelt sich hier unten das Öl. Und die Luft muss am Ende da wieder raus durch den Filter. Das Ganze funktioniert so lange, solange dieser Bereich noch nicht zu ist. Wenn so viel Öl unten drin steht, dass das abgedichtet ist, haben wir ein Problem. Das ist aber erst der Fall, wenn wir fast einen Liter drin haben. Mhm. Das heißt, wenn hier unten... Krass, ne? Dass das ein Liter immer so ist, ne? Ist jetzt an der Außenkante berechnet, also sorry. Könnte sein, dass es ein bisschen weniger ist. Aber wenn hier ein Liter drin ist, fehlt logischerweise auch der Liter Öl im Motor. Bestimmt. Dann ist es ganz gut, dass der voll ist. Denke ich mal. So, okay. Ich denke, das ist auf jeden Fall so grob das Maximum, das Beste, was wir bauen können. Jetzt der letzte Punkt. Wie kriegen wir das Ganze jetzt gebaut mit möglichst wenig Flächen, die wir schweißen müssen? So. Deswegen nehmen wir nämlich eine Form aus Pappe. Die können wir jetzt nämlich einfach aufschneiden und aufs Blech übertragen. Vielleicht. Jetzt muss ich überlegen, wo fände ich Schweißnähte cool und wo fände ich sie nicht cool. Erstmal machen wir den Kasten zu. Wir müssen ja am Ende hier noch die Bleche reinkriegen. Wenn wir die hier reinlegen, müsste das von unten aber eigentlich gehen, die so zu verschweißen. Okay, das heißt hier oben lassen wir den Deckel mal auf. Hier lassen wir den Deckel auf und da lassen wir den Deckel auf. Wenn wir das in einem Stück schaffen, sind wir glaube ich schon gut. Weil der Deckel ist immer relativ einfach gebaut. Kannst du einfach immer drauflegen, rund um anzeichnen und hast halt den Deckel für. So. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Wir schneiden das Ganze einmal hier. Und einmal hier. Und genau das übertragen wir jetzt aufs Blech. Und wenn alles gut läuft, schneiden wir das aus dem Blech aus. Kantens. Und haben unser Alu. Haben wir in Anführungsstrichen das Problem, wir haben jetzt entweder 3 mm Alu oder 1,5er. Nehme ich das 1,5er, killt Tom mich nachher beim Schweißen. Nehme ich das 3er, wird ganz schön sportlich mit Kanten. Unsere Schablone ist jetzt natürlich nicht perfekt winklig. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur 1 zu 1 die Schablone übertragen, sondern wir müssen das Ganze am Ende quasi passend winklig dann auch gestalten. So. Das heißt, ich würde jetzt erstmal folgendes machen. Wir gehen da jetzt einfach geometrisch vor. Das heißt, wir wollen ungefähr die Höhe haben und wollen ungefähr die Höhe haben. Und wollen am Ende ungefähr diese Länge hier haben. Jetzt werden mich leider gleich einige wieder hassen, weil man es eigentlich nicht macht. Bitte nicht nachmachen. Wir reißen jetzt mit dem Messschieber. Aber da das eh ein Alter ist, reißen wir jetzt damit an, da gibt es eigentlich extra Werkzeug für. Aber mir ist es jetzt in dem Fall egal, weil wir so natürlich hier jetzt eine perfekte Linie hinkriegen. Die kreise ich mir einmal ein, dass ich sie nicht vergesse. So, dann drehen wir das Ganze um. Ich bin schon wieder echt fassungslos, dass selbst dieser Tisch schon wieder zu klein ist. Das würde ich natürlich bei Stahl nicht machen. Aber bei Alu kann ich euch sagen, kann der Messschieber das. So, das waren Höhen Nummer eins und zwei. Die können wir ohne Probleme einfach so anreißen, weil es da jetzt nicht drauf ankommt. Bei der Aufteilung jetzt ist das Ganze ein bisschen, dass jetzt kommt was anderes. Da müssen wir ein bisschen mehr gleich messen und rechnen, weil wenn das Ganze nicht symmetrisch ist, können wir es am Ende nicht kanten. Das heißt, da muss man aufpassen, dass das Gebilde jetzt komplett symmetrisch wird. So, siehe da, wir wollten ja eigentlich am Ende auf 56. 56 ist ein bisschen weiter hier. 56. 56. Hälfte von 56 ist 28. 56. 58. 57. 58. 58. 59. 59. 61. 60. 62. So. Das war Aufgabe Nummer 1. Ratter, 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 überleg, überleg. So wollten wir das Ganze gestalten. Das heißt, wir brauchen jetzt noch diese Kanten. Jetzt müssen wir hier einmal von der Mitte aus messen, dass am Ende beide gleich lang sind. Und 18,8. Siehst du, da wäre nämlich schon ein Zentimeter Versatz. Und dieser Zentimeter würde dann nämlich am Ende das nicht parallel werden lassen. Das ist jetzt hier bei Pappe erstmal egal. Aber man sieht es auch ein bisschen, wenn man hier drauf guckt, dass es nicht ganz rechteckig ist, sondern eine Seite länger ist als die andere. Hier hatten wir ja oben gesagt, 8 und 10. Das heißt, wir müssen logischerweise auf beiden Seiten genau 18 haben. Das heißt, wir müssen hier hin. Hier passt es fast. Schauen wir mal, das ist wieder ein langes Video, oder? Man unterschätzt immer, wenn man sich nur einen Punkt macht, wie schnell man nicht rechtwinklig ist beim Anleben und Anzeichnen. Und schon wird es wieder schräg. So, wenn jetzt ein Tipp bei Alu ist, auch immer die Ecken bohren, dann kann man da besser reinschneiden. Da wir in dem Fall aber immer von außen reinschneiden können, ist das kein Problem. Also, Bleche sind geschnitten. Beim Schneiden habe ich mir doch überlegt, wir machen das Ganze lieber zweiteilig. Sonst wird das so ein gebogenes Konstrukt um unsere Kantbank herum, dass ich glaube, dass das besser ist. Wir machen es einzig. Wir fangen mal mit dem einfachsten und kürzesten Teil an, würde ich sagen. So, das heißt, hier haben wir einfach unser Sack. Jetzt legen wir das schön an. Und dann... Okay, das ist halt drei Millimeter. Das ist halt schon kraftig. Guck, war tatsächlich sogar schon soweit. Jetzt können wir es aber zum Glück einfach wieder ein bisschen aufbiegen. So, wenn ich da gerade schon so den Straucheln kam, dann wird das jetzt natürlich ein Spaß hier. Junge, Junge. Ich wurde auch mal mit zum Verlängern. So, schon mal anfangen. So, Tom, du bekommst genau richtig. Erst wollte ich das Ding so aus einem Teil bauen, bin dann aber relativ schnell an die Grenze der Kantbank gekommen, weil das jetzt auch noch so rumkanten wäre, das wäre zu viel gewesen für 200 Euro. Aber trotzdem geil. So, pass auf. Extra, weil ich weiß, dass du heute motiviert bist, habe ich drei Millimeter genommen. Danke. Kannst du richtig einen durchwaden hier heute. Naja, also drei Millimeter zu Kanten ist hiermit schon... Sportlich. Also ich sag mal zwei Millimeter zum Halter bauen, total geil. Drei Millimeter habe ich schon gerade ganz schön. Und was mit Gewicht? Hast du gar nichts zu wissen? Ja, egal. Ist ja in dem Fall auf der Vorderachse, ne? Dann ist ja wieder gut, wa? Nein, ich habe nichts anderes gehabt. Ich hätte 1,5er gehabt. Auf dem Hinweg habe ich Tom noch geschrieben, ey, kannst du 1,5er schweißen? Und er hat natürlich gesagt, nein. Dann habe ich mir erst überlegt, machst du es trotzdem? Ich habe mir dann auch überlegt, es soll ja auch am Ende ein Tank werden und nicht irgendwie so einen Klumpen Alu. Und deswegen schnell dran. Drei Millimeter gemacht. Pass auf, folgende Thematik. Die Zuschauer werden es schon in den letzten 60 Minuten mitbekommen haben. Hier gehen zwei Dash-Leitungen rein. Das heißt, hier machen wir noch so Labyrinth-Bleche. Und hier ist Ausgang. Das heißt, das unten ist alles Reservoir für das Öl. Hier kommt unten noch ein Ablauf ran. Und fertig. Nicht schlecht. So, hier geht ungefähr ein Liter rein. Das war so das Maß der Dinge, was ich sage, was da rein geht. Und das Geile ist, theoretisch, wenn da wirklich viel Öl drin ist, hier so sitzt der, ne? Dann kann ich theoretisch sogar einen Rücklauf zu übernehmen. Würde sogar gehen. Ja, warum nicht, ne? Weil, ich habe mir dann gesagt, mehr als einen Liter braue ich nicht, weil wenn hier ein Liter drin ist, fehlt da logischerweise ein Liter. Und das könnte kritisch werden. So, pass auf. Wir machen jetzt das Schweißgerät in Gang. Dann typisch die Stellen, die am besten passen. Hier, film mal da. Da passt es gerade extrem gut. Die, die am besten passen, punkten wir erstmal an. Aber guck mal, wie geil gleich hoch und so das ist, ne? Die, die am besten passen, punkten, waren. Alles andere muss man dann halt mit dem Hammer passen, was dann möglichst wenig weit ist. Okay, und los. So. Was war eigentlich hier? Ich habe übel aus. Ich muss doch zur Nacht schichten. Echt? Ach du Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass wir das Nachtschichten machen. Ich auch nicht. Aber das sind jetzt so typische Arbeiten, wo man eigentlich wirklich vier Hände braucht, ne? Mhm. Wie ist das bei dir in der Hade? Du schweißt vier alleine, ne? Mhm. Okay, aber auch immer zu so Uhrzeiten, wo alle anderen schlafen meistens. Eigentlich ja. Und außer du halt. Ich weiß noch, wie Tom kotzt ganz gerne mal so richtig über meine Vorarbeiten ab. Deswegen muss ich ihm jetzt hier richtig Mühe geben. Muss ich auch mal dran reißen. Jetzt da noch mal einen drauf. Also, unser Catch-Tank nimmt einmählich Dormann. Durch das Kanten sparen wir jetzt einige Nähte. Man hätte es auch ohne Kanten bauen können, ne? Ist so, jeder wie er Bock drauf hat. Was allerdings jetzt diese Deckel zu bauen, ist immer das einfachste der Welt. Weil, stellen wir einfach nur drauf. Zeichnen einmal drum herum. Und schon können wir da einfach passend einen Deckel. Weil, wir machen jetzt folgendes. Solange du das durchschweißt, bereite ich schon mal die Deckel so. Das heißt, wir brauchen den Deckel, den Deckel, den Deckel. Und dann machen wir noch ein paar Schwallbleche hier zwischen. So, Labyrinthbleche. Und ich würde sagen, bevor wir den Deckel drauf machen, melden wir uns wieder zurück. Ziehe es dir rein. Ganz geil geworden, finde ich. So, unser Gerät. Hier sieht man, wir haben es mit der Absicht noch offen gelassen. Jetzt die Wände. Ich weiß nicht, ob ich vorhin falschrum gesagt hatte. Aber auf jeden Fall, die Wände müssen natürlich so sein, dass die Luft gegenströmt, daran vorbei will. Also, der Winkel muss abfallend sein. Deswegen ist der nächste da drin auch wieder andersrum. Und die Ecken habe ich einfach ausgeschnitten, damit dort das Öl ablaufen kann. Und das Ganze natürlich von hier auch. So, also jegliche Luft, die jetzt hier gleich durch diese Dashfitting reingeht, prallt auf das Blech. Muss an dem Blech vorbei und muss dann hier wieder raus. Hier müssen wir noch das Rohr setzen, fällt mir ein für den Filter. Bevor wir die Platte hier unten drauf schweißen, dass wir halt ordentlich Späne alle rauskriegen. Also, jetzt müssen wir als allernächstes diese Fittinge auf die Platte schweißen. Das können wir in dem Fall sogar ganz geil von innen machen. Kannst du von innen machen. Jetzt gibt es aber einen kleinen Sahara-Trick. Ich glaube, wir haben ihn schon mal gezeigt. Normalerweise würde Tom jetzt wieder abkotzen, das zu schweißen. Weil es eloxiert ist. Eloxat lässt sich nicht schweißen. Da gibt es aber einen Trick für, womit man das Eloxat ganz einfach runterkommt. Und deswegen läuft da im Hintergrund gerade schon der Wasserkocher. Und zwar Rohrreiniger plus kochendes Wasser. Kochendes Wasser, deswegen hat uns der Schwan hier mal erklärt, mit 10 Grad mehr Temperatur bei Flüssigkeiten verdoppelt sich die Wirkung. Verdoppelt. Deswegen geht kochendes Wasser mit dem Zeug so richtig ab. Habe ich auch zu Hause auch schon mal reingekippt mit kochendem Wasser. Na, da ging es ab. So, jetzt hat man da irgendwo für näherzu noch einen Topf dahinter. Warten wir mal kurz. Hier unten habe ich schon vorbereitet, kommt unser Ablauf ran. Das heißt, eigentlich sind wir schon recht weit. Die festschweißen, Deckel drauf, Loch rein bohren, Rohr rein für den Filter. Gucken, wo der genau sitzen muss. Und dann als letztes den Deckel drauf. Und dann haben wir schon. Halter? Und noch einen Halter ran. Aber der Halter wird noch das geringste Boden. Wie viel machst du davon rein? Nach Gefühl? Eistilgrün ist fertig? Rot ist fertig. Weißt du, wo mache ich nochmal rein? Wie viel machst du davon rein? Einfach nach Gefühl? Eine ganze Flasche. Okay. Nein, Spaß. Ist das Fitting weg? Äh, nee. Ich habe keine Ahnung. Ja, eine Kappe, zwei Kappen oder einfach? Ein bisschen mehr schon. Wollen wir doch eine Suppe kochen. Ich habe dem Wasser bestimmt nicht. Weil der war das beste Regenwasser genommen, der wir Wasser gefunden haben. So, warte, jetzt kipp da mal einen Schluck rein, aber erstick dich nicht. Nee, das darfst du gerne machen. Das geht wirklich, das geht übel ab. Also die Dämpfe würde ich auch nicht, würde ich auch nicht unbedingt einatmen. Okay, bisher habe ich immer mit Pulver gemacht. Das ging auf jeden Fall mehr ab. Brutal. Ich geh schon mal in die Handvolle. Brutal. Okay, also das ist definitiv ein Reiniger, der hat nicht ganz so viel Power. Vielleicht doch ganz Flasche. Nee, guck, also... Naja, es geht schon, aber... Geht schon was, aber... Es sieht irgendwie langweilig aus, wenn ich... Ja, ja. Ist auch ein Pulver geil aus. Genau, also mit dem Pulverzeug... Mit dem Pulverzeug war es tatsächlich so... Ah, guck, siehst du jetzt? So ein bisschen wie Eier kochen. Als ob du schon mal Eier kocht hast. Nö. Weil selbst bei Silberanteilen... Das sieht man nicht mal so... Ach, das ist eloxiert? Ja, ich würde sagen schon, weil es war so ein bisschen eher so Gold-Silber, ne? Deswegen. Ja, stimmt. Da geht es sogar. Doch, erstmal. Herzlich Willkommen bei Philipp Kocht. Ich füge mir das Kochbild hinzu. Jetzt müsste ich hier so noch eine Koch-Schütze... Mit einer Mütze. Snarnet. Snarnet, ja. Ja, aber das ist hier die... Steht ja auch 5-Minuten-Wirk-Formel. Bei 5-Minuten, ne? Bei 250, 2 Stunden. Wer das ausgerechnet hat, weiß ich es auch nicht, dass ich das auch echt hingekriegt. Jetzt ist hier gleich so weit, dass ich hier gar nichts mehr sehe. Es riecht aber ein bisschen nach Schwimmat. Chlor. Okay, wir müssen kurz warten, gleich wird es schon fertig sein. So, Essen ist angerichtet. Ist nicht jetzt 100% blank, aber fürs Schweißen reicht das, weil das zeigen wir euch jetzt. Wir schweißen das Ganze nämlich in dem Fall jetzt von innen. Boah, das liegt auch schon brutal. Okay, dann bringen wir den Koch-Tupf kurz weg. Der war nämlich fast schon zu lange drin. Das wird dann mit der Zeit, wird es... wird es schwarz. So richtig schwarz oder einfach nur dunkel? Ne, schon richtig schwarz. Was bezahlen Leute denn so viel Geld? Aber ich habe es gefeiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Nicht schwarz? Ich glaube Chris hat mir den damals gezeigt. Welcher? KKS Chris. Weil... Die Aluschweißer kennen es halt, weißt du? Man hat schon öfter mal was Eluxiertes. Und das ist halt wirklich... Kenn ich gar nicht. Gold wert. So, die hätte ich jetzt gerne natürlich parallel. Die können wir jetzt nämlich perfekt einfach von innen... ganz schön eine Naht drauflegen. Dann sieht das nämlich von außen einfach nur wie darauf gesteckt aus. Und ich bereite in der Zeit schon mal das Loch hier für den Filter. Genau. Du hast aufgepasst. Ganz wichtig ist halt... Ganz wichtig ist halt... Bevor man so einen Kasten immer zuschweißt, versucht wirklich alles zu bohren, was man gebohrt haben will. Man kriegt diese Späne da am Ende einfach nicht wieder raus. Selbst wenn es nur eine kleine Bohrung ist. Ich versuche wirklich immer alles fertig zu haben, bevor man es zumacht. In dem Fall ist es jetzt nicht so schlimm, wenn die Späne da drin sind. Geht ja nicht wieder zurück in den Motor. Falls wir aber einen Rücklauf dran machen würden, wäre es halt schon doof. Deswegen lieber zuerst bohren. Dann kann theoretisch der Weckel oben drauf. Ich würde sagen, du punktest das einmal an und dann ziehe ich das einmal wieder glatt. Heute ist aber echt guten Tag. Muss auch los. Zieht euch das rein, Alter. Tom gibt alles. Kann man schon machen? Ja. Ich finde es gut. Gefällt mir. Ich hätte es nicht besser bekommen. Wenn du willst schon. Nein. Heute nicht mehr. Hier haben wir jetzt unten unseren Auslass schon mal reingemacht. Einfach ein Rohr reingesteckt. Kommt jetzt hier der Filter drauf. Und zack. Ist unser Tank fast fertig. Ich habe den gerade einmal mit Wasser und mit Luft durchgereinigt. Oh, diese Bleche sehen aber auch krass irgendwie aus, ne? 5% Minimum. Durchgereinigt und jetzt kommt der letzte Step. Das ist der Deckel. Unten. Das Verschlussteil. So, den machen wir jetzt noch drauf und dann gibt es das große Finale und hoffen, dass er im Auto passt. So, also unser Gesamtkonstrukt ist jetzt fast fertig. Sieht aus wie eine mobile Kaffeemaschine. Sieht fett aus. Deswegen haben wir auch dieses Video gemacht. Ich mag einfach Sachen, die man so selber baut. Weißt du, weil es geht einfach so heutzutage einfach unter. Man kauft einfach was. Natürlich könnte man irgendwas Fertiges viel günstiger kaufen. Die Funktion von dem Ding wird aber richtig gut sein. Und es ist halt einfach schon geil. Und was wiegt das Ding jetzt? Schwer. Ich würde sagen 2 Kilo. Hast du ein Eichgewicht, ein Kilo? Anderthalb, anderthalb, zwei Kilo. Weil halt 3 Millimeter, ne? Also wir hätten es wahrscheinlich mit einem Kilo bauen können. Aber in 3 Millimeter wird es schon ein bisschen mehr wiegen. Ist aber nicht jetzt in dem Fall nicht so dramatisch. Ist hier egal. So, halt auf. Jetzt gucken wir mal, wo das Ding hier am Ende sitzt. Weil wir müssen noch einen Halter ran machen. Beziehungsweise eigentlich zwei Halter. Weil ein Halter ist immer doof. Muss noch ein zweiter ran. Also erstmal... Man könnte fast denken, es ist Zufall, dass die beiden versetzt sind. So schräg. Aber ich habe es natürlich zwischenzeitlich mal reingehalten. Und habe gesehen, wenn wir den auch nach hinten machen würden, müsste ich hier den Kurtfügel bearbeiten. Beziehungsweise den Halter will ich aber nicht. Deswegen sind die beiden so leicht versetzt. Versetzt. Ja, so. Das letzte was wir jetzt machen ist, wir nehmen diesen Blechstreifen. Und hier kommt noch ein Halter drauf. So, jetzt muss ich einmal gucken, ob das so rum passt. Oder ob wir hier schon irgendwo anliegen. Also ich finde es gerade so. Jetzt ist es in Ordnung. Laut Wasser war es gerade. Laut Wasser war es gerade. Gut. Wenn er jetzt noch passt, haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Was soll ich denn dran? Oh, ist ja trotzdem schön warm. Okay, also ich merke schon, wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Halter ran machen. Da werden wir nicht drum herum kommen. Ich weiß aber auch schon, wo wir den platzieren. Zack. Der Tank sitzt. So, der muss nämlich eigentlich ein bisschen so hoch. Wir können genau den gleichen Halter hier hinten nochmal anbringen. Hier. Auch einfach gerade Platte. Halt da dran. Und dann sitzt das Ding. Ich finde es geil. Ich feiere es. So. 21 Uhr. 14 Uhr haben wir angefangen. 7 Stunden. Da sieht man mal, wie aufwendig das ist, so einen Tank zu bauen. Wobei eigentlich, was sind schon 7 Stunden heutzutage? Bei so einem Projekt. Ergebnis mega. Funktion mega. Hier kann man jederzeit einfach aufdrehen, ablaufen lassen an der tiefsten Stelle. Ich würde sagen, Tom, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Alles richtig gemacht. René, viel Spaß beim Schneiden mit dem ganzen Material von 7 Stunden. Wir wollten einfach mal ein bisschen was selber bauen, was wir halt eigentlich Tag und Nacht machen. Ja. Und in diesem Sinne. So wie zum Thema Catch Tank. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.